Und hier sind wir wieder zurück bei Let's Play zu bekommen. Jetzt im zweiten Teil. Wir sitzen immer noch an den megalischen Tigern, die immer noch nix haben, was sie brauchen. Hey, das gefällt ihnen ja auch. Gefällt ihnen, gefällt ihnen. Das ist doch... ist doch schon mal was. Los, mehr. Wollt ihr mehr, mehr? Ja, noch mehr, mehr. So, das muss genug sein. Braucht immer noch mehr Pflanzen. Wie viele Pflanzen brauchen die? Pflanz, 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 pflanz. Immer mehr Pflanzen. Pflanz, 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 pflanz. Zu viele Pflanzen. Okay. Eine Pflanze weg. Dies gehe ich für den gar nicht hier gut geeignet. Okay, das ist doch schön. Und wir haben so ungefähr ein paar bisschen Geld vor. Nur ein bisschen. Bisschen Geld. Ey, Lanser fängt das nicht dann zu nerven, dieser... also der Natschusort ist eigentlich gut dabei. Okay. Komm, jetzt sind wir richtige Unmenschen. Sechs Dollar. Oh, die brauchen vielleicht was zu fressen. So. Da. Da, geh. So. Deinen Aufgabenbereich ab sofort. Und können wir schon Meerestiere bauen? Meerestiere. Haltet doch einfach die Fresse. Die sollen einfach aufhören. Im nächsten Part hoffe ich, dass ich das behoben habe. Ich hoffe es. Oh, weitere Tiere sind möglich. Tiere. Welche Tiere denn? Da haben wir schon was. Killerwahl. Killerwahl. Alles cool. Killerwahl. Wir bauen die hier fett hin. Da kann man auch, glaube ich, auch eine Tribüne und alles da inbauen, nämlich die alles irrt. Tribüne, Tribüne. Okay. Killerwahl. Das kommt da hin. Ein paar Wege, damit jeder Platz hat. So, da was und da was. Hier geht's. So, und hier kommen dann irgendwann mal die Tribüne hin. Tribüne, da kommt noch eine Tribüne. Also, als nächstes müssen wir einfach mal Killerwahl reinsetzen. Killerwahl, Killerwahl. Wie viele passende Reihen? Zwei, drei? Eins, zwei. Zwei, zwei. Ach komm. Passt. Meeresbiologe. Das Becken ist zu flach. Ja, nur mal gleich rum. Brauchen mehr Felsen, um glücklich zu sein. Felsen. Mehr Felsen. Felsen. Ja. Schöne Felsen. Schöne Felsen. Wie lieb eure Felsen, stimmt's? Ist zu groß für die Zahl der darin untergebrachten Tiere. So, da brauchen wir noch ein paar Felsen. Felsen gehen immer noch. Dann müssen wir ein Tier entfernen. Was ist das für eins? Bist schlecht Junge. Verkauft muss das werden. Und was bist du? Bist schlecht Junge. Und was bist du? Bist schlecht Mädchen. Können wir, das können wir auch weg. Damit das alles auch gleichmäßig passt. Die brauchen Seetang. 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 Tangsee. Seetang. 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 Äh, ne, doch. Seetang, komm. Seegras geht auch nicht. Kein Seegras. Ach gut, dann können wir uns um das flache Becken. Nur, dass ich es nicht mehr kann, dass Becken höher machen, indem man bestimmte Sachen macht. So ist es, muss es hoch genug für die Wale sein. Ist immer noch zu groß, zu klein, meine ich. Julien. Man muss raus. Ja. Jetzt muss aber groß genug sein. Auch mehr Pflanzen um glücklich zu sein, na toll. glücklichkeit ist gar nicht so groß ich sollte echt mal meine Forschung in den Meerespflanzen reinstecken mehr 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 Forschung Meerespflanzen Meeres Tier Meeres Tierpflege Seerotter Tricks will ich gar nicht wissen um Wasserpflanzen Scheiß auf gefährdete Tierarten Meeresalat Wochen Meeresalat oder Nebelwochen Sietan was kann man noch bauen auch hier dass die Vorführungsteile weitere Vorführungen und ist noch was sie müssen die Dinger es muss weg und das müssen wir jetzt genau so hochziehen wie das eine auch toll ich werde mal kann ach wir brauchen Nahrung so du bist jetzt für den Aufgabenbereich zuständig und hier zwischen müssen wir noch was machen ok da war es und da war es Becken ok ok so ach komm schon das gibt's noch nicht und und normalen können nicht zusammengeführt werden aber das gibt's jetzt nicht wir müssen das entweder runterziehen oder den Tester das Mädchen ist Blüten bleibt so unten stehen das liegt ein Stück auf die zu ziehen so dass dann sie drehen und amorten alles weg das Mädchen jetzt mal hier oben ab dann müssen wir ein bisschen arbeiten 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 hoch und untersitzen ist so und so es geht auch nicht so Tempo Tempo ok wenn es jetzt nicht funktioniert dann ich so und so so vor für weg 6 so ja ja vor 5 ja ja ja